Servus Party Peoples, ich bin Black, hoffentlich mal wieder ein bisschen aktiver, so als Rapper würde ich mich wahrscheinlich so lazy nennen, aber für Rap bin ich eindeutig zu faul. Jedenfalls, heute geht's um YouTube und die experimentieren gerade wieder fleißig rum und testen neue Designs, in denen dem Zuschauer keine Dislikes mehr angezeigt werden sollen. Warum das denn? Nun, YouTube reagiert damit auf das Feedback mancher Creator zum Thema Wohlbefinden und möchte damit gezielt Dislike-Kampagnen vermeiden. Na ja, liebes YouTube, wenn ihr was zum Thema Wohlbefinden machen würdet, dann könnt ihr doch dieses gelbe Dollarzeichen von meinen Videos gerne in grün umwandeln. Nur mal so als Vorschlag. Das momentan im kleinen Rahmen gestartete Experiment sieht es vor, dass du ein Video zwar noch disliken kannst, nur sehen tut es dann nur noch der Creator, dessen genaue Dislike-Anzahl dann im YouTube-Studio nach wie vor angezeigt werden soll. Für den Zuschauer könnte aber in Zukunft wohl diese Anzeige fehlen, wie vielen Leuten ein Video nicht gefallen hat. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Klar können Dislikes meinungsbildend sein. Aber manchmal ist das doch vom Vorteil und man erkennt schon von Anfang an, ob das Video was taugt oder nicht und spart sich da doch Zeit und bei Semix vor allem jede Menge Nerven. Das waren jetzt 5 Sekunden. Die sind einfach weg. Die kommen auch nicht wieder. Gerade bei Tutorial-Videos war die Like-Verteilung für den User ein hilfreicher Indikator, ob das Video etwas taugt. Stichwort Clickbait. Aber gut, da reicht dann wohl immer noch ein Blick auf das Thumbnail. Und wieso sehen Männer in ihren YouTube-Thumbnails eigentlich immer so aus, als hätten sie gerade entweder einen Mord beobachtet oder in die Hose geschissen? Jedenfalls, für die Creator ist das sicherlich nicht schlecht, denn dann können Leute, die mit allem nichts anfangen können, hüch, 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 c-max, den Gesamteindruck eines Videos nicht zerstören. Gerade auch noch für kleine YouTuber wäre es eine Hilfe, damit sie nicht direkt fertig gemacht werden können. Außerdem ist der Troll-Level bei dem Ding echt manchmal so over 9732,4. Ich hab's ausgerechnet. Denn man kann einfach etwas Scheiße finden und Statistiken damit versauen, ohne irgendeinen Grund. Zudem gibt es auf keiner anderen Social-Content-Plattform irgendwie eine Art Form der negativen Reaktion. Und manchmal nervt mich der Button persönlich auch etwas. Denn oftmals disliken die Leute meine Videos, aber geben im Kommentarbereich nie einen Grund dafür an. Das ist für mich als Creator, als Feedback nicht wirklich praktisch, da ich so nie weiß, was ich im nächsten Video besser machen soll. Woher soll ich wissen, was diesen Leuten an dem Video nicht gefallen hat? So drei bis vier Zeilen an kritischem Feedback im Sinne von Ich gab ein Dislike, weil deine Argumente schwammiger als Spongebob sind, deins Video irgendwie schlechter geschnitten ist als ein Emu oder du ungefähr so lustig bist wie ein Mario-Bar ohne Frauenwitze. Das bringt dir irgendwie viel mehr. Aber irgendwie ist die Änderung auch sinnlos, denn jeder Creator hat sowieso die Möglichkeit, die Bewertungen in den Einstellungen abzuschalten. Und ohne Dislikes verlieren die Likes an Werb. Das wäre wie ein Mario-Kart ohne Items. Vielleicht könnte YouTube auch einfach zur Sternewertung zurückkommen. Das macht doch mehr Sinn als diese Schwarz-Weiß-Like- oder Dislike-Politik. Sagen wir mal, mir gefällt dein Schnitt und die Punkte, die du ansprichst. Aber deine Audio-Qualität ist wie so ein Mixer, der den Rückwärtsgang eingelegt hat. Dann kann ich aber immer noch vier Sterne vergeben, da mir ein einzelner Punkt nicht gefällt, aber das Video insgesamt schon. Aber das ist nur so ein Vorschlag von meiner Seite. Was ist eure Meinung über Dislikes? Braucht ihr die? Schreibt es gerne in die Kommentare und vergesst nicht, das Video mit einem Dislike zu versehen, bevor es nicht mehr geht. Nein, untersteht euch. Links zu meinen Social Media findet ihr dann unten in der Beschreibung. Ja, und Broadcast Yourself, Broadcast Together, wie immer ihr kennt das Spiel. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Broad... Ich kann es nicht mehr. Ich bin komplett aus der Übung. Euer ungeschminkter Blackscreen. Ich kann es nicht mehr. Und das ist nicht mehr. Vielen Dank.